Scheitel-Zentrum ist eine der Bezeichnungen für das Sahasrara-Chakra, eben das Zentrum am Scheitel. Sahasrara-Chakra, das Scheitel-Zentrum, gehört zu den sieben Chakras. Mehr dazu findest du unter dem Stichwort Sahasrara-Chakra. Das Scheitel-Zentrum, am oben am Kopf, ist ein Symbol zum einen dafür, dass göttlicher Segen und Gnade in dich hineinfließen mag. Du kannst dich immer wieder am Tag öffnen und dir vorstellen, dass Licht in dich hineinfließt über das Scheitel-Zentrum, vielleicht bis zum Füßen hingehen beim Aushaben, kannst du diese Energie vom Herzen in alle Richtungen bringen. Umgekehrt kannst du auch dein Bewusstsein über das Scheitel-Zentrum nach oben ausdehnen, um dich zu verbinden mit einem Göttlichen. Scheitel-Zentrum, also zum einen die Möglichkeit, dich zu verbinden und zu öffnen für Segen, und zum anderen, dass du dein Bewusstsein ausdehnst zum Kosmischen und Unendlichen.